Ah, Clubhouse hatten wir halt noch nicht. Wir hatten schon lange nicht mehr die Garage bei Clubhouse bei Bereich sichern. Es ist schade, aber erst einmal hallo da seid's und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Hoffentlich nicht in der Kacke gespawnt. Untertitelung des ZDF, 2020 Was denn da aus der Refine? Seit wann hast du denn Siegfried? Äh, höchstens Siegfried ab, ne? Wenn ich da... Musst du dich nochmal umbenennen? Ah, hier, Barrr. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Und dann noch Heiliger Siegfried. Ja, läuft's. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Stopp Droheneinsatz! Hermine ist weg, Horkai. Hermine, was mit ihr passiert? Alter! Mann! Magazinwechsel! Magazinwechsel! Boah, ich hab keine Garage hier. Boah, ich hab keine Garage hier. Horschen, Horkai. Deaktiviere die Elektronik. Nachladen! Echo ist letzter. Bei der Bar? Ist ich doch nicht. Wo ist der Letzte? Wir müssen aber genau in der Tür nachladen. Gegner neutralisiert, eigener Druck erfolgreich. ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, ich bieh Aktiviere Schema! Untertitelung des ZDF, 2020 Okairode zerstört einmal Okairode zerstört einmal Dann ist Tatsanka Ja, bei der Luke oben Würde ich nicht sagen, oben das Fenster ist auch angeplatzt Ah, das war ich Ja, ist doch klar Scheiße Ok Dreh sich der Teller Geh mal weiter rein Nach rechts drüber Nicht, weiter rechts, 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 rechts Und guck auf Bill hat da hinten 15 Sekunden übrig Ich hab kein erst immer noch Ja, einer war hinter dem 10 Sekunden übrig Muss das reingehen Boah, was? Der Teller dreht sich wieder Das war ja, ich wohne noch nicht Elliot Den Raum zerbarrikadieren. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Schutzplatten werden eingesetzt. Böses Auge eingesetzt. Es bleiben noch 10 Sekunden. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgutbehälter gefunden. 5 Sekunden noch. Du schützt den Bio-Gefahrgutbehälter um jeden frei. Ja. Sieht genau an. Nadeln bereit. Sieht. Sieht. 10 Sekunden. Sieht. Sieht. Achtung! In einem Dreckgang, oder? Wollen wir mal, man kommt jetzt vom Jukebox zu grauen. 2,0... Ist jetzt drinnen, alles. Weitere Befahreger auf den Bio-Gefahrgutbehälter verhindern. Let's stop! Die Werte des eigenen Trupps. Mission gescheitert, eigener Trupp neutralisiert. Das ist zu schnell. Rassend auf den Rücken. Ansonsten, gehen wir aus den Rücken! Die Rücken! Das sind die clearly auch nicht released. Das sind die Zucht. Die Zucht. Sie werden aus dem Rücken. Die Zucht. Wollen Sie dazu haben? Dann fangen sie an ein. Wir intensiv werden. Dann fangen sie an. Den Raum zerbarrikadieren. Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen. Die Platten weitergeben. Die Stahlentrat wird eingesetzt. Ich verstarke die Wand. Ich verstarke die Wand. Den Schladekursion nach. Zehn Sekunden. Schockt Drohne. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Wand befestigt! Böses Auge auf Patrouille. Sch***. Böses Auge auf Patrouille. Was ist das? Ich schlade den Schein! Ja, pass auf, Seraphina, das ist auch ne Tür, beim Fenster ist was, die andere Tür, die sind alle auf der Seite, Fenster, Außenfenster, Seraphina, links von dir. Sim Gymnastik kommt zum Loch, Lochwand. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Schock, oh no, guck noch rum. E-Bahner und tsch. Die ist, glaube ich, kaputt gegangen. Ich habe sie nicht selbst kaputt gemacht, der ging, glaube ich, kaputt. Dacheldraht eingesetzt. Gymnastikfenster einer. Baustellenfenster einer. Echt tot. Montana drin. Nein, zugleich. Ich fasse es nicht. Schockdrohne 2 kaputt. Ey, nicht auf mich. Jetzt hast du doch was abbekommen. Thanks. Der letzte ist hier draußen, Terrasse. Ja. 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 Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Truppen. Die haben mich nicht bemerkt, als ich die Luke hoch bin. Satt funktioniert. Ich habe bloß Montagne verviert mit dem Ram. Ich kann es dir doch nicht rammen. Doch. Du musst vorher ansagen. Wie jetzt? Ich haue Montagne jetzt um, oder was? Vorsicht, Montagne, ich renne nicht gleich um. Ja, beim ersten Mal konnte er noch ausweichen. Hat er seinen roten Schild in die Luft gestreckt und damit gewedelt gegenüber dem Orax-Stier. Jetzt so wohl, ja. Bis Montagne mal mit seinem Räumerschild ankommt, dann siehst du rot. Was mit seinem Räumerschild? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die E-Banner im Archiv. Mist, die macht sich da auf. Die E-Banner im Archiv. 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 Das ist glaube ich auch schief. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 10 Sekunden 5 Sekunden bis zum Einsatz Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert, weiter zu seiner Position 2 Sekunden bis zum Einsatz Wir sind bereit. Target platziert. Letzter verbleibender Gegner. Gefahren und Behälter sichern. War das oben, Serafina? Ah, da hinten in der Osttreppe. Dann kommt der her. Was wartet ihr denn da wieder? Ich hab's ja hochgerannt. Ich hab's in den M.G. eliminiert. Tja, aber es sah aus, wie es nach oben rennt. Als ob es nach oben rennt. Trotzdem könnt ihr mal da mit reinkommen. Naja, wenn's ja gerade da im Wartesaal ist, kommt's ja vielleicht zu der Tür. Ich hab's ja gerade da. Trotzdem wird es noch mal hier. Ich hab's ja gerade da mit reinkommen. Ich hab's ja gerade da mit reinkommen. Den Standort des Bio-Befahrgut-Behälters finden. Welche Positionen? Kürze, der Bio-Befahrgut-Behälter wurde totalisiert. Frau Frostmira, beide wieder schocken. Einsatz in 10 Sekunden. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Bio-Befahrgut-Behälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Was für ein Depp. Das brennt ja die Pappe auf. Nein. 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 Streu-Sprengsatz einsatzbereit. Ja, gestreu-Sprengsatz hoch! Streu-Sprengsatz aktiv! Mit Sicherung des Weltes fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Runders beenden. Rechts und andere Gegner. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Mathe! Hat er dich einfach so abgeknallt, der Marek? Oder hat er auf ne Kamera gezielt? Der hat auf meinen Kopf gezielt. So, warum auch immer. Auf Spaß an der Freude. Irgendwas in den letzten, in der Runde davor. Habe ich ihm Kill geklaut oder was? Nein. Wahrscheinlich, weil jeder umgekillt wurde und ohne Probleme war es. Wir kommen doch schon auf! Wir kommen doch noch mal. Wir kommen doch wieder auf den Runde, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, nein, wach! Hat den so geblendet? Untertitelung des ZDF, 2020 Da ging es mal wieder schief Keiner auf der Treppe, keiner im Raum Ach, Alter, ist an der Treppe oben Das geht gleich hoch Die Bombe wurde lokalisiert Oh, was? Einer vom eigenen Trupp verbleibt Wo warst du denn jetzt? Auf dem Weg, er drin? Die Fingernäger Wo warst du denn? Wo warst du denn? Wo ist er? Wo warst du denn? Wo warst du denn? Wo warst du denn? Ubisoft, dein Einsatz geht auch. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Jetzt springt doch mal, nicht Ketter. Ja. Beschreibt schon den Gegner. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Bäh. Der hatte den vorhin schon. Eine Ratte. 10 Sekunden bis Einsatz. 5 Sekunden bis Einsatz. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Das Team. Argus eingesetzt. der scharfer ist nicht klar und er ist im keller ein scharfer wurde zurückgeholt wieso gehst du denn da nicht weiter hoch hoch Guck da auf den, was ist denn da? Guck da auf die Gasgranate. Ja, anstatt, oh ey. Stirb nicht so früh. Es ist nicht dominiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und die so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mission gescheitert, eigener Operator gefallen Das mit dem Sound könnte schon gepasst haben Dann hätte er aus dem Keller kommen können Dann wäre das rechts hinten gewesen Dann kann ich diesmal Ubisoft nicht die Schuhe in die Schuhe schieben Genau Kann ich wegen des Sounds mal nicht wegen Ubisoft rumhotzen Aber es hat schon oft so funktioniert, dass das berechtigt war Aber diesmal nicht Und bis zum nächsten Mal Macht's gut Und tschüss Tschüss